Und hast du jetzt Metallbahnen eigentlich gehabt? Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu ARK. Hi! Misa ist auch mit dabei natürlich. Metallbahnen, neun Stück. Ich brauch zehn. Ich kann hier erstmal ne... Nee, nee, Metallbahnen brauch ich fünf. Fünf. Wo bist du denn? Ich bin oben. Ich muss mir meine Sachen hier zusammen sammeln. Äh, fallen lassen. Bitteschön. Bitteschön. Alleine haben über 300 Stück, das sollte wohl erstmal reichen, wa? Verdammt, das Fleisch. Ich kann nicht wissen. Na, drei. Na, drei. So, ähm. Hä? Eier halten sich wesentlich länger. Ja, du bist am feiner. Wir müssen dich leveln, ne? Damit, oh. Ui. Ich wollte eigentlich nur... Was ist da? Ich hab nur was geguckt und bleib doch mal locker. Ich bring das Ding noch nicht gleich um. Ach, das ist ja voll niedlich. Wetter öffnen. Oh, okay. Keine Bären mehr drin, weil alles vergammelt ist. Nimm mich an. Ähm. Doch, Azul-Bären-Samen hat er doch. Aber ich glaub, die frisst er nicht. Wir brauchen Bären. Natürlich, wir brauchen immer irgendwie was. Und wir müssen unbedingt... Ähm. Aber bevor wir das jetzt machen, so gehen natürlich Bären, damit das Tier auch ja was zu essen hat. Wir brauchen ja auch was zu essen. Ich muss mal eben meinen Speer machen. Achso, stimmt. Der war ja kaputt gegangen, ne? Das weiß man. So, ich muss noch eine Option abbeißen, öffnen. Steine sind auch mal gut. Fasern. Wie kann ich denn die Werkbank benutzen? Einfach rangehen. Und eh drücken. Aber du musst den Speer da reinziehen, damit du den reparieren kannst. In die Werkbank. Ah, okay. Dankeschön. Bitteschön. Bei dir. Also, warum... Was ist das denn nicht? Ah, jetzt. So, dann zieh ich mal... Gott. Gut zu wissen. Ja, du. So ist das eben halt, ne? Da müssen wir unbedingt Steine sammeln gehen für... Was frisst der denn überhaupt? Du kannst alles an Bären ranmachen. Du darfst nur keine Samen reinmachen. Und die Samen nimmst du raus? Samen frisst der nicht. So. Das Gewicht. Ach so, dann kannst du nicht mehr reiten, wenn das Gewicht voll ist. Ah, okay. Weil er sich ja dann nicht mehr bewegen kann. Warte mal, ich hatte noch ein paar Nackobären. Hab mir denn irgendwo... Du bist so niedrig, Alter. Feisch. Dann könnten wir schon mal eine kurze Mitte machen. Das wird schon mal hergestellt und jetzt müssen wir Steine sammeln. Ja, erst mal muss ich ihn aufleveln. Gewicht. Gewicht, ja. So. Ganze Gewicht. Wir können ja auch noch einiges an Stein mitnehmen, aber... So, wo wolltest du jetzt hin? Ja, ich geh jetzt einmal hier die Steinwand ab. Würde ich sagen. Würde ich sagen. Würde ich sagen. Das ist ja alles wieder neu sporn, ne? Oh ja, oh Gott. Stell dir mal vor, das wäre wie bei Dingsen hier bei Minecraft oder so, wo das sei nicht mehr weiter sporn. Ja, aber da kann man ja auch nach unten kramen, wenn man Stein wo sowas braucht. Hier ist das jetzt schwierig. Alles schwierig. So, wenn man das hier absammelt. Aber lustig, dass sie das noch nicht gefixt haben, dass wenn man mit der Dingsen drauf haut, ne? Mit der Axt drauf haut, dass da mehr Steine und so drauf gibt. Ne, ich denke mal, dass das wohl gewollt ist. Ja, aber das ist ja auch, wenn du mit der Steinax gegen die Bäume rauskriegst, du auch mehr Stroh raus. Ziemlich bescheuert, dass auch ein Stroh braucht man ja nochmal für alles, ne? Ja. Halt. Komm her, Alla, wir rennen noch ein bisschen. Hey, nein. Ich wollte gerade das über Tal benutzen. Da ist Bolli. Hi, Bolli. Ich werde einfach so zurückgelassen. Voll gemein. Gott. Bolli, komm mit. Jetzt haben wir die Spiele gefunden. Wir haben schon gedacht, du wärst tot. Anstatt dass man die Dinos nicht knuddeln kann. Aber wir können dich aufleveln. Und ich würde sagen, na, Kampf. Nein, ich will keine Fackel im Metall öffnen, weil ich möchte ganz gerne die Steine loswenden. So. Ihr folgt mir jetzt beide gleich? Okay. Ja gut, aber da habe ich jetzt einige Steine schon mal los wieder. Siehste. Könntest du schon mal nach Hause reiten, das schon mal wegbringen, wenn du magst. Oder du machst dein Inventar nur voll mit Stein. Oh, okay. Ich kann wieder leveln. Okay. Oh. Ich hole das doch ab. Am besten in der Kampf, ne? So. Ja. Das wäre schon irgendwas, was wir wieder gut brauchen können. So ist das mein Lieben Tag wieder voll. Was sind denn die Holzkeppige? Für Gefangene ist das? Das ist ja nicht so ein Infantieren von Gefangenen. Ach so, das brauchen wir nicht, ne? Ne. Das brauchen wir nicht. Da haben wir ja alle... Oh, Holztreppe. Hä? Fruchtzene Wendeltreppe. Doch, ne Wendeltreppe. Ja, ja. Ja, habe ich doch auch. Nein. So. Ach so, der macht da wohl Samen. Das ist gar nicht zu futtern, sondern der macht da raus Samen, was man in den reinpackt. Okay. Das ist ja krass. Das ist geil. Na, dann können wir ganz viel einpflanzen, was uns dann wieder abkackt. Ja, ja. Ah, dann muss ich wohl einen Futterdruck machen. Ah, okay, ja, gut. Okay, sein Inventar ist voll. Ich weiß nicht, ob du ihn noch reiten kannst jetzt. Ich suche schon mal weiter Steine. Ich will mal eben gucken, was brauche ich denn? Holz und Metall. Ich brauche acht Metall. Hast du Metall gehabt? Ähm, Metall habe ich da mal reingepackt, musst du nur eine Schmiede reinpacken und anmachen. Sein Inventar ist voll? Fast voll, ja. Ah, er kann aber noch gut rennen. Also mal gut, dass das unser ist. Ja. So. Aber ich kann ihn nicht mehr reiten. Na gut, dann ruf ich ihn hinterher. Och du, der ist mir schon gefolgt. Ähm. Okay, ich sollte vielleicht erst mal... So, Inventar, Inventar öffnen. Kann ich noch laufen. Gut, aber auch nur ganz, ganz wenig. Ja, vielleicht sollten wir unten so eine große Kiste hinmachen, wo wir das jetzt mal alles reinschmeißen. Und dann nachher... Man muss es ja trotzdem hier hochpacken. Ja, ja, aber da können wir das immer von den Dino schnell ins Inventar rein. Ich hoffe, das war jetzt kein T-Wax oder sowas, was da oben war. Ach, jetzt habe ich das falsch reingepackt. Ja, das wäre nett, wenn du hier nochmal herkommen könntest, weil mein Inventar ist in mich überfüllt. Ich habe noch nicht ausgeräumt. Ich muss erst mal hier jetzt nicht lernen, sonst kann mein Dino auch nicht mehr laufen. Wovor mein Dino abkommt. Oh, scheiße. Ehrlich, wir müssen schneller aufleveln, damit ich laufen kann. Warum kann ich denn nicht mehr laufen? So viel hatte ich doch auch eben noch im Inventar. Keine Ahnung. Frage mich nicht. Ich bin gerade im Zeitlupentempo unterwegs. Mach den Dino her und ich ruf den. Wie kann man den rufen? Rufen kannst du die gleich mit J. Dann kommen aber beide, ne? Ich dachte, du dich dann wohnen darfst. Okay, ich kann den gar nicht rufen oder ich bin zu weit weg. Der kann mir den einfach hin und her schicken. Das wäre eigentlich ziemlich genial. Nur voll machen und dann hin und her schicken. Aber wir sind doch im selben Stand. Das heißt, du müsstest eigentlich auch meine Dinos rufen können. Ich pfeife. So, mal eben die anderen Seite. So, was brauche ich? Ich bin vielleicht auch zu weit weg. Ich weiß es nicht. So, ich brauche Holz. Ich brauche noch Metall. Ich habe jetzt fünf. Aber ich brauche Arme. Weil ich bin voll bis zu oben hin. Weil ich auch noch die ganzen Bären und sowas mit habe. Ja, super. Haben wir doch irgendwo Metall? Ne, muss ich erst sammeln. Aber dafür muss ich auch wieder Metall, äh, steinlos werden. Dafür müsste ich jetzt Dinos rufen können. So, jetzt ruf sie mal. Nö. 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 So. Ich kann gleich gar nicht mehr laufen. Ich weiß gerade nicht, wo du wirst. Hier gegenüber. Ich kann auch nicht springen. Ich kann gerade nichts machen. Wo genau heißt hier gegenüber? Ich bin da, wo die Steine sind am Fluss. Gegenüber. Ah, okay. Ja, ich renne einfach mal. Ich pfeife auch. Oh, ernsthaft? Dann bleibt er jetzt hinten stecken. Ach ja. Bulli, komm. Wir müssen weiter. Ja. Ja. Ein bisschen dicht daran. Dann will ich auch noch ein bisschen dicht daran. Danke. Inventar. Tee, Tee, Tee. Ich abhau. Nein, ich habe ihn gerade ein bisschen erhöht. Ich packe auch mal jetzt mal eben die ganze Samen rein. So, ein bisschen Platz hat er noch. Bulli, bist du eigentlich... Hast du noch Essen im Inventar? Oh, scheiße. Bulli braucht Essen. Irgendwas hat er abge... Also abge... Angegriffen gehabt. Oh, das passiert schon mal. Okay, Bulli, komm her. Komm, wir müssen jetzt mal im Fleisch jagen. Oh, ja, Verhalten. Tee, Tee, Tee. Befehlsgruppe, Einstellung... Einstellung, ne? Nein, kastrieren wollen wir dich nicht. Verhalten. Äh, Verhalten aggressiv? Nee. Warum ist er aggressiv? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn nicht umgestellt. So, wenn denn mein Ziel. Verhalten. Äh. So, gucken wir mal, dass wir das gleich noch voll kriegen hier. Mehr. Ja, das war es dann auch schon wieder mit den Folgen. Wir sehen uns dann in der nächsten. Bis dann. Ciao, ciao.